Wir produzieren Obst mit Leidenschaft. Unter der Dachmarke Landservice finden sich NRW-weit viele Betriebe, die den Sparten, Hofläden, Bauernhofgastronomie, Urlaubshöfe, Kinderhöfe und Pferdehöfe zuzuordnen sind. Das heißt, es ist eine immense Vielfalt an Produkten, Dienstleistungen, die auf den Bauernhöfen in Nordrhein-Westfalen angeboten werden. Die Website landservice.de und die App führen den Verbraucher zu diesen Landerlebnissen. Da hier die Betriebe aus NRW mit ihren Adressen und Leistungen gelistet sind. Landservice. Echt. Näher dran. Echt. Echt gleich echte, ursprüngliche Regionalität, da die Produkte auf den eigenen Feldern erzeugt werden oder auf den Höfen hergestellt werden. Zum Beispiel Brotbacken. Echte Regionalität bedeutet für mich, die Produkte direkt hier am Hof zu kaufen, wo sie auch erzeugt werden und das lieben unsere Kunden. Näher. Näher meint an den Produkten der Region am wertvollen Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Nähe zum Kunden begeistert uns, weil wir das direkte Feedback vom Kunden bekommen. Dran. Dran meint enge Kundenbeziehung oder der persönliche Kontakt. Man begegnet sich auf persönlicher Ebene. Dran sein an meiner Arbeit. Das heißt ja in meinem Fall, ich darf mit Menschen und mit Tieren arbeiten, die alle eigentlich unheimlich viel Spaß haben. Die Kinder machen hier Urlaub. Die dürfen mit Pferden zusammen sein, mit Tieren zusammen sein, mit Freunden zusammen sein. Das ist natürlich großartig. Vertrautheit bedeutet für mich eben die Vertrautheit mit dieser Region, da unser Hof hier schon mehrere hundert Jahre ansässig ist. Land Service. Mit der mobilen App des Land Service finden wir schnell zum nächsten Landerlebnis. Wir genießen also hier morgens hinzukommen und zu frühstücken und hier wirklich die örtlichen Produkte zu haben, die halt Ahrens selber herstellt und in ihrem Hofladen verkauft. Für uns ist es wichtig, frische Produkte für sie anzubauen. Beständigkeit bedeutet für uns, dass wir uns vor 25 Jahren für den Spargel- und Erdbeeranbau und vor 10 Jahren für den Himbeeranbau entschieden haben und eben diesen Produkten treu bleiben. Ja, ich fühle mich sehr verbunden mit dieser Region und das Schöne ist eben die Nähe zum Kunden hier direkt vor Ort und dass wir alles direkt ab Hof vermarkten. Was ich persönlich ganz stark schätze, sind die Eier, weil Eier brauchen wir immer und das sind Eierfans und da weiß man ja nicht, wo die herkommen. Unsere Hühner bekommen besonders gutes Futter. Es ist einfach lecker. Viele Kinder gehen total auf, also man sieht richtig, wie die sich öffnen, wie die aufblühen, was sie den Pferden anvertrauen. Also ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen. Für mich bedeutet Kompetenz, dass wir immer auf der Suche sind nach neuen Sorten, dass wir eine hohe Qualität haben. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Mitarbeiter im Feld und auch im Verkauf, dass die gut geschult werden. Die Internetplattform Landservice.de ist der direkte Draht eigentlich auch zu dem Verbraucher. Echte Regionalität bedeutet für mich, wenn wir unsere Produkte direkt ab Feld und im Hofladen dem Kunden anbieten, das ist für mich echt näher dran. Landservice. Echt. Näher. Dran. Landservice. Seine Christiani. Untertitelung des ZDF, 2020